hallo leute und herzlich willkommen zu meinem nächsten video hier auf dem kanal von lp aus gold heute mal wieder ein beat the challenge video und ja wir sind ja mittlerweile schon bei der unglaublichen anzahl von challenge 8 angelangt also da muss ich echt sagen hätte ich am anfang gar nicht mal erwartet dass ich so viele challenges überhaupt schaffen werde und ja auf alle fälle heute bin ich mal wieder auf oman unterwegs und ja auf alle fälle sollte ich mir eine waffe raussuchen und mit dieser waffe dann mindestens zwei range kills über 250 meter machen das heißt ich bin hier am anfang gleich mal schön bei a habe ich mich da ein bisschen hingeschimmelt und ja hier glaube ich erwische ich dann auch schon meinen ersten kandidaten genau hier ein sauberer ich will nicht sagen headshot weil es war keiner aber schöner brustschuss über 314 meter das bedeutet unseren ersten hätten wir schon geschafft und ja ich bin natürlich längs außen bei a weil ich habe mir gedacht direkt bei a ist eh immer jeder und ja an dieser stelle hätte ich jetzt eigentlich theoretisch schon meine challenge geschafft aber aufgrund der tatsache dass ich halt so netter mensch bin und noch ein bisschen bock auf zocken hatte habe ich die runde mal noch zu ende gespielt um einfach mal so zu gucken was ich denn so reißen kann hier und ja warum habe ich überhaupt die m 98 b genommen das wäre jetzt natürlich mal so eine interessante frage ja es in der tat eine relativ einfache frage finde ich weil ich muss sagen dass das eigentlich so eine waffe ist die ist zwar relativ hoch vom level her glaube ich mit level 29 oder level 30 ja oder mein sauber level 30 habe ich sie mir logischerweise nicht geprüft sondern einfach fair selber gekauft ja auf alle fälle muss ich sagen dass diese waffe extrem gut ist besonders auf längere distanzen und ja in der interest of time habe ich natürlich ein bisschen hier vorgespult weil das ganze geklettere und umgehüpfe hier ist eigentlich total sinnlos wenn man das so lässt weil ja es passiert einfach nichts hier habe ich da ein bisschen base rate betrieben und dann hier auch direkt einen sauberen kopftreffer über 303 meter gesetzt da muss ich sagen das war ein richtig schöner schuss weil ja das passiert auch gar nicht so häufig dass man das schafft also ich muss sagen mit so kopftreffer und so auf so lange distanzen ist schon echt ist schon echt schwer und die m 98 später macht es richtig fun mit der zu spielen weil die kugel wirklich senkrecht nach unten fällt und da kann man wirklich saubere headshots über extreme distanzen setzen ja auf alle fälle finde ich richtig toll dass das so geht wie es halt geht mit der waffe weil ja hat er auch richtig laune gemacht so ein und ja hier habe ich damals auf den heli geschossen der ist dann auch logischerweise explodiert und ich habe den kill dafür bekommen fand ich auch relativ cool wo sie sagen also hat mir auch richtig also da habe ich mich auch mal so ein bisschen gefreut das war mal wieder so von diesen einen momenten das ist mal wieder einer von diesen momenten gewesen wo man so seine erfahrungen ausgespielt hat sprich wo ich genau wüsste okay gut wenn ich darauf schieße kriege ich erstens die punkte und zusätzlich dazu kriege ich dann auch noch den kill und ja also in dem moment sehr schön geglückt und ich muss sagen das hätten bestimmt nicht viele bemerkt also ich muss sagen es ist halt so eine sache und jetzt beweise ich mal wirklich dass ich in einigermaßen guter sniper bin sprich dass ich gut in der lage bin auch über etwas größere distanzen den treffer zu setzen und auch nicht nur einmal sondern vielleicht auch ein bisschen häufiger muss ich ehrlich sagen so weil es gibt ja viele leute die es sind dann teilweise so einen tag fliegen sprich die setzen mal ein zwei schöne schüsse so aber das war es dann auch irgendwie da kommt dann irgendwie nichts dahinter oder so und hier habe ich dann vielleicht auch also da habe ich dann noch ein bisschen geschafft über etwas längerer dauer auch mehrere headshots zu setzen und meine endkarte war dann glaube ich irgendwie erst mit 23 7 oder so ja das war aber auch nur deswegen geschuldet die vielen dass ich dann am ende relativ häufig gestorben bin aber hier sieht man es schon mit m 98 b macht richtig spaß weil die nachleisezeit auch nicht zu lang ist also die waffe das ist halt so eine richtig schöne fette monster waffe der schuss war besonders schön und ja hier habe ich dann mal ein bisschen durch bissel vorgespult und ja ich würde sagen ich habe ich damit würde ich halt sagen dass ich diese challenge erfolgreich mal wieder abgeschlossen habe ja wobei ich jetzt auch sagen muss dass viele challenges ihr mir einschickt auch relativ schwierig sind wo ich mich ja wirklich sehr lange schon dran probiert habe aber sie einfach nicht schaffe oder so ja gut es ist dann halt so das tut mir auch in dem moment leidest du das vielleicht in zukunft nicht ganz so viele biete challenges videos biete challenge videos kommen werden aufgrund der tatsache dass ich halt schule habe und alles und wir zurzeit klausuren und klausuren ohne ende schreiben ich bitte das wirklich zu entschuldigen hier hat man mal so gesehen wie viele sniper da wirklich auf uns schießen beziehungsweise dass wir halt auf die schießen aber ihr seht halt trotzdem der trick halt über long range snipen ist halt einfach dass du dir wirklich ein gegner raussuchst wirklich ein gegner raussuchen und den dann auch abschießen und dann nicht irgendwie versuchen ah ne doch obwohl der steht dann noch ein bisschen der steht dann doch besser oder so ne 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 ihr habt euch ein gegner ausgesucht tötet den auch weil alles andere ist total quatsch also weil was weil was anders bringt es euch auch gar nicht mehr hier schöner hältschuss äh kopfschuss ne hier hat mich dann leider der andere sniper weggeholt und ab jetzt ging es dann glaube ich auch ein bisschen bergab was die kills angeht ähm ja hier habe ich dann wirklich über die distanz versucht den zu treffen aber es einfach nicht geschafft also da habe ich wirklich mein bestes gegeben aber gut ja das ist dann halt einfach so ähm und ja was soll ich sagen ähm osterfern war ich ja wie gesagt nicht zu hause gewesen ne ähm ja habe aber trotzdem fleißig kommentare gelesen das heißt ich hatte zum glück einen computer zur verfügung wo ich auch mal ein bisschen wlan hatte und da habe ich dann einfach mal so geguckt was habt ihr denn sohn hat die videos geschrieben ähm fand ich relativ schön hier der von hinten ich weiß nicht was der gemacht hat der hat irgendwie ein bisschen gurken geholt oder so tradicen gepflückt keine ahnung auf alle fälle hat er nicht getroffen und das habe ich dann mit meiner tollen stahl diegel natürlich eiskalt ausgenutzt muss ich auch ausnutzen ähm hier hat mir dann mein team kamerad das leben gerettet ähm da war ich ziemlich froh denn ansonsten hätte ich diesen ganzen weg noch mal latschen müssen und da hatte ich jetzt auch nicht wirklich lust drauf ähm hier wieder saubere äh kopfschuss 45 meter ähm ja warum ich sonst noch die m890b empfehlen würde ähm ja sie lädt relativ schnell nach ähm ist ist halt so eine richtig schöne fette wumme macht halt auch richtig viel spaß mit der zu spielen irgendwie ähm ja aber ich würde wirklich euch erst empfehlen erstmal euch die mit level 30 zu holen weil früher macht halt einfach keinen sinn weil für diese waffe braucht man einfach skill das ist einfach so dass weil ich sehe viele level einser schon mit der waffe herum rennt die ist scheiße leute für euch ganz ehrlich spielt bis level 12 durch eine m24 und spielt da dann ein bisschen mit damit level 16 die gold und immer so weiter und das macht auch mehr spaß euch dann später mal weil dann habt ihr auch mehr erfolgserlebnisse weil mit der waffe wenn ihr damit nicht umgehen könnt seid am nahkampf komplett verloren ich meine ich kann einigermaßen damit umgehen und ich spiele schon relativ selten sniper aber ich bin in relativ guter sniper wieder im vergleich zu anderen leuten die ich da so umrennen sehe hier wieder hier wieder strahldegel tolle action ähm und ja auf alle fälle in dem moment hätten wir es auch jetzt schon wieder geschafft ich bedanke mich bei euch mal wieder ganz recht herzlich fürs zuschauen und ich bitte euch einfach weiterhin mal wieder in zukunft einfach in die kommentare zu schreiben wenn ihr irgendwelche challenges vorschläge habt ja ich würde euch einfach bitten nicht so besonders schwere challenges zu machen sondern vielleicht so ein bisschen lustige challenges oder dass ich halt sachen machen muss die man sonst nie macht zum beispiel mit irgendeiner besonderen waffe spielen aber dann halt so die ma also dann halt diese so diese messlatte nicht so setzen das wäre toll auf alle fälle danke leute fürs zuschauen bis zum nächsten video tschüss so so